So, Dato, dann mach ich mal jetzt zum Häuptling. Ich habe Hakikes Heimak besiegt. So sei es. Es ist entschieden. Ein neuer Häuptling ist gefunden. Möge seine Weisheit und Stärke unser Volk ins Licht führen. Hm, Arumenschaft. Ja, ja, er wird das Kind schon schaukeln. Was? Naja, ich meine, egal. Alles wird gut. Ja, doch nun zu dir. Du hast Mut und Kampfkraft bewiesen. Nun gehört dir das Symbol des Chakarhalmaks der Marakai. Ja! Trage es mit Stolz. Es ist eine große Ehre für dich. Ich werde das Symbol deines Sohnes in Ehren halten. So ist das Recht. Die Geister der Ahnen mögen dich beschützen. Hier hast du es. Und nun geh in Frieden. Chakarhalmak der Marakai. Na also, da ist das Ding. Mächtiges Artefakt. Ich beneide dich, um die Ehre es tragen zu dürfen. Hm, Chani ist neidisch. Okay, Chani. So. Wunderbar. Das haben wir jetzt auch geschafft. Ähm, Garcia Schiff. Schatzinsel Waffen. Okay. Blut der Ahnen. Wir müssen Osamo finden. Lassen wir uns einfach mal markieren. Da oben wohnt der. Okay. Gut. So. Ah, aber vorher quatsche ich noch ein bisschen mit den Typos. Erstmal mit dem... Dass er hier der Häuptling ist. So, da bin ich wieder, Salu. Oder soll ich besser sagen, Chakar, Salu. Wir haben es geschafft? Ja, wir haben es geschafft. Der neue Häuptling bist von jetzt an du. Das ist gut. Ich bin dir auf ewig zu Dank verpflichtet. Hier, nimm diesen Ring, den du dir als mein Halmak verdient hast. Tschakar, Halmak. So viel Zeit muss sein. Hier. Nimm das Deck, Shabala. Von heute an gehört es dir. Möge dein Voodoo stark sein. Und dein Kämpfe ruhmreich. Hoshi, der Marakai. Hm, danke sehr. Tech, Shabala. Was ist das denn? Kann ich das ausrüsten? Hier nicht. Hier nicht. Als Ring vielleicht. Tech, Shabala. Schwarze Magie, Totenkult und Ritual. Das Ding ist richtig gut eigentlich. Wenn man das benutzt viel. Also, Schwarze Magie, Totenkult und Ritual. Was ich im Moment halt nicht mache. Nächste Quest. Okay. Haben wir einen Namen zum Schiff, oder? Folge mir! Nein, ich folge dir nicht. Der ist immer noch gebackt von der einen Situation, wo ich mich deportiert habe. Also, Schnellreisen benutzt habe, anstatt, ähm, mit ihm zu laufen. So. Erstmal gehe ich zu dem Schamano Samu. Und sehe mal, was er so für mich hat. Er muss mich erstens belohnen. Und zweitens muss er mir sagen, wo das Blut der Ahnen ist. Oder wie ich da rankomme. Besser gesagt, hier ist eine Abkürzung. Wenn ich das hier, hier lang renne. So. Ähm. So. Wo sind wir links? Da rankomme ich so. Den sind wir, glaube ich, der Gegner, oder? Ja, das ist ein Gegner. Ich weiß noch gar nicht. Ich kenne, dass ich ihn noch nicht gesehen habe. So, Blaukralle tot. Nochmal die paar Kräuter, die hier wachsen. Mitgenommen. Noch ein paar Blaukrallen. So. Chani ist auch noch da. Hinter mir. Hier muss ich, glaube ich, hoch. Hier muss ich hoch, weil ich es zu ihm will. Ob der Zeug auf seinem kleinen Plateau wächst. Oder um sein Plateau besser rum. Wie gesagt. Goldklee. Schöner ist das hier. Schammer gefunden. Und das ist auch ein Bett. Und ein Voodoo-Haltar. Ohne Kiste, die ich erstmal auch machen muss. Weil ich das einfach gehört. So. Erstmal gucken, wo wir hier... Hm. Kette des Jägers. Proviant. Und Trani des Rituals. Okay. Kein Problem. Wieder ein neues Gesicht. Bist du ein Hoshi-Fremder? Oder willst du auch nur zerstören? Wie die anderen Gutschaus? Hm. Ich will dich unterstützen. Ich bin ein Freund der Shaganumbi. Ich bin ein Freund der Shaganumbi. Das hier ist Chani. Die Tochter des Bakir. Häuptling der Shaganumbi. Aloha. Chani-Ki-Tawaloa-Zamu-Chaka. Shin-Aloha-Chan-Ki. Ein Hoshi der Shaganumbi ist auch ein Hoshi der Marakai. Aber ich werde dich beobachten. Du bist Fremden gegenüber ganz schön misstrauisch. Zwei Gutschaus kommen zu den Marakai. So prophezeit es die Legende. Der eine ist ein Hoshi. Ein Freund. Der andere Kabuki. Der Feind. Darum sehe ich sie mir genau an. Wie willst du Freunde und Feind unterscheiden? Oder was ist das für eine Legende? Was ist das für eine Legende? Die Legende sagt, Kabuki bringt den Tod. Roshi geht durch das Feuer und vertreibt den Tod durch die Macht der Hicke. Unsere Arten. Verstehe. Du erkennst deine Freunde also an ihren Taten. Ich habe die Gräber eurer Ahnen geheilt. Ich habe die Gräber eurer Ahnen geheilt. Die Masken befinden sich nun wieder an ihrem Platz. Damit hast du den Marakai eine große Ehre erwiesen. Dein Handeln soll nicht unbelohnt bleiben. Nimm diese legendäre Rassel als Zeichen der Freundschaft. Oh, die zerbrochene Rassel. Vielen Dank. In dem Ahnengrab vor dem Dorf habe ich nackte Leichen gefunden. Es waren zwei Eingeborene dabei. Aber die meisten waren weiß. Das ist mir ein Rätsel, Guccio. Es gab wohl Bambule zwischen Marakai und Piraten. Ja, wahrscheinlich. Hm, Corrientes schickt mich. Corrientes schickt mich. Er sagte, du wüsstest etwas über das Blut der Ahnen. Warum macht dieser Guccio das? Er hat das Blut der Ahnen bereits von mir erhalten. Sobald er es einnimmt, kann er die Feuerwand durchqueren. Hm, wieso hast du es ihm gegeben? Wieso hast du es ihm gegeben? Er hatte die Macht der Ike bei sich. Die Knochenhand des Tempels, der im Wasser schwimmt. Was? Er hatte die Knochenhand aus dem Wassertempel? Das kann nicht sein. Käpt'n Garcia hat sie im Besitz. Du sprichst unheilvolle Worte, Guccio. Wenn wahr ist, was du sagst, dann ist der Anführer der Blaurücke Garcia. Oh, Mist. Was sollen wir jetzt tun? Ich helfe dir, Guccio. Nimm auch du das Blut der Ahnen an dich. Geh zu dem Blaurock und drücke alles an seinen Platz. Das ist kein Blaurock. Dann geh und verlei deinen Worten Wahrheit. Okay. Wegen den nackten Leichen. Wegen der nackten Leichen. Ich glaube, ich kann mir jetzt denken, was passiert ist. Der Kabuki hat den Blaurecken die Kleider gestohlen. Ja, ich habe die richtige Expedition gefunden. Ich werde mich um die Toten kümmern, Hoshi. Okay, die nackten Leichen haben wir jetzt auch soweit geklärt. Oha, jetzt geht's rund. Jetzt haben wir viel, viel rausgefunden. Oha, oha. Hier ist also der Schamane. Logbuch. Garcia Schiff. Starbert Schatz. Okay, ich muss Starbert Schatz noch holen. Wie viel Ruhm habe ich? 17.000? What the fuck? Okay. So, klingt 10. Okay. Jetzt werde ich erstmal ein paar Sachen machen. Bevor ich weiter in dieser Hauptquest mache. Werde ich erstens Garcia Schiff holen. Zu Garcia Schiff gehen. Komme ich da am schnellsten hin. Weder von hier oder von da. Ich werde mal von dem Dorf aus gehen. So. Okay, er ist nicht mehr da. Das war klar. Doch, die ganzen Typen sind nicht mehr da. Wir gehen. Hoshi? Chakazalu? Hä? Hoshi? Chakazalu? Okay. Sehr interessant. Ähm. Okay. Okay, okay. Machen wir erstmal die Schiffsquest. Dann muss ich zurück zum Lager. Weil ich mit dem Schiff wegreisen werde. Um mir erstens die stärkste Klingentechnik beibringen zu lassen. Ähm. Zweitens werde ich Starbert Schatz heben. Und drittens werde ich diesen Typen aus der ähm von der toten Insel Bones werde ich äh ja wieder mit seiner Seele vereinen. Oder mit seinem toten Part der da rumeiert in dem Totengebiet. Und dann werde ich erst weitermachen. In der Hauptquest. Sollte vielleicht so 10-15 Minuten dauern. Je nachdem wie viel wir bei Starbert Schatz machen müssen. so. Die Bluffruss habe ich übersehen. Läufe ich richtig? Ja, ich laufe richtig. Wunderbar. Jetzt weiß ich auch warum Oh mein Gott. Jetzt weiß ich auch warum er Angus erschossen hat. Das ist ja gar nicht Coriantis. Oh, hätte ich ihn zum Basislager gebracht am Anfang, hätte sich das rausgestellt, dass das gar nicht Coriantis ist. Oh, kacke. Tut mir leid Angus. Meine Faulheit war dein Tod. So. Bildervogel. Stimmt. Oh, welcher Mist. Klar, der hat ja die angreifenden Piraten ja entdeckt. Deshalb gibt es auch alle Sinn. So. Falls das alles gar keinen Sinn ergeben warum ihn einfach abgeknallt hat. Stimmt, der hinten ist ein Chef. nur da müssen ja auch alle Leute müssten dann ja auch zu ihm gehören. Oder waren das jetzt Coriantis Leute? Irgendwie ergibt das keinen Sinn. Warum würde mir einer von seinen eigenen Leuten sagen, wo sein Schiff ist? das ergibt irgendwie gar keinen Sinn. So. Irgendwie ergibt das keinen Sinn. So. Zumindest bin ich sehr verwirrt gerade. naja. Wir werden sehen. So, ich nehme mal die Schädelblüte hier noch mit. Da, die Muschel, die da lag, die habe ich auch noch gesehen. Hier vorne lag irgendwo eine Muschel. Da. Jetzt werde ich versuchen, da irgendwie aufs Schiff zu kommen. Oder zum Schiff. Da hinten ist ein Ruderboot. Mit einer Piratenflagge. Hm, vielleicht hätte ich das schon früh herausfinden können. Wenn ich ihn weggebracht hätte, der hinten hin. Naja, kann man nichts machen. Flaschenpost. Muss ich gleich mal durchlesen. So. Schauen wir jetzt mal, wo wir hier... So. Was wir hier aus dieser Kiste rausholen. Proviant und Gold, nichts Besonderes. Aber eine Flaschenpost haben wir bekommen. Das ist doch eigentlich hier runter sein, oder? Ne. Unterplundern. Da Flaschenpost. Der Schatz in der Pantherhöhle. Wirklich? Da gibt es auch noch mal einen Schatz. Ähm. Das ist gerade markierend. Ja, wirklich. Da ist auch noch noch einen Schatz drin. Okay. Muss ich mal bei Gelegenheit holen. Kann ich das Boot hier benutzen? Eine Muschel. Zum Schiffrudern. Ah. Das war schlecht. Au. So. Zwei. Drei. Wo ist denn der vierte? Entermesser. Da. So. Irgendwo muss man unter viertes sein. Bist du hier unten irgendwo? Wovor steckst du dich? Eine Ratte. Die ist es nicht. Die ist keine Wache. Patronbeutel. Vermutlich hier um die Ecke sein oder so. So gut wie tot. Hier ist der vermutlich. Ne. Ich erfisch dich noch. Ah, da ist er. Na komm. Wirf ihn einfach mit dem Dolch ab. Capere Garcia, Chef. Hab ich. So. Gute Sache. Glauben wir auch schon das meiste Lechel mitgenommen von seinem Zeug. Was hier rum lag. Oben nochmal eben in die Kapitänskajüte schauen. So. Hab ich noch irgendwas in das? Ja, eine Enterpistole. Und ein Grog. Auch noch eine Schatzkarte. Hm. Mal sehen. Nichts interessantes. Ah, hier. Beim letzten Landgang auf Antigua habe ich hinter dem großen Wasserfall im Felsen eine Höhle entdeckt. Am Ende der Höhle habe ich meinen Schatz vergraben. Der Eingang kann nur durch das Losungswort Garcia ist der größte geöffnet werden. Oh, okay. Der Kerl hat echt einen an der Waffe. Immerhin hat er den Grabungsort aufgezeichnet. Das schreibe ich mir besser mal auf. Also hätte ich den Schatz auch so finden können. Auf der letzten Seite steht noch etwas über die Crew. Der schwarze Hund hat sie alle gegen mich aufgehetzt. Eine Meuterei ist kaum noch zu verhindern. Trotz allem werde ich mich nicht davon abhalten lassen, den Tempel des Feuers zu fänden. Die werden mich kennenlernen. Hm. Okay. Das hier ist Lockbuch 100 rum dafür gegeben. Gut, gut, gut. Also, damit haben wir auch wieder ein paar Sachen eine Kausalkette zusammengestellt zwischen ein paar Sachen. Oh, direkt hier ist auch noch ein Schatz. Oder wir mal zur Bucht zurück. Der ist auf der anderen Seite. So. Da. Hinten ist da noch der Schatz. Drei Schätze muss ich noch finden. Panther-Höhle. diesen hier und den anderen. Okay. Ähm, ich glaube, das waren Garcia's Leute allesamt. Die Piraten ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass das alles Garcia's Leute waren und nicht ähm, die Leute von Corrientes. Ganz einfach. Die Piraten haben gemeutet, also mussten die Piraten sterben. Haben wir gemacht für einen. Die Piraten haben das Schiff gekappt, ähm, besetzt, sein Schiff. Die Meutenden, die haben wir gerade getötet, das heißt, wir haben sein Schiff sauber gemacht. Für den einen. Ähm, dann wollen wir doch mal zu. Ja. Ja. Wir helfen gerade eigentlich, Agassia. Naja, eigentlich helfen wir uns selber. Rubingold, Priestermaske, Silbernatala, blablabla, massig manis. Gut. Ähm, jetzt will ich hier zur Bucht am Anfang, also muss ich über die Lagerstätte dahin. Obwohl, den Pantherschatz muss ich auch noch bergen. Ah, der ist jetzt so weit weg. Ne, da reise ich jetzt nicht hin.